servus liebe world of warcraft freunde und willkommen zurück zu einem video bei dem ich nicht gedacht hätte dass ich es um die uhrzeit auch aufnehme denn blizzard hat per bluepost bekannt gegeben dass sie vier specks insgesamt anpassen werden ihnen mehr damage geben aus gründen die durchaus kurios sind wenn ihr wissen wollt welche klassen und inwiefern betroffen sind wie es das ganze auswirkt und was der grund dahinter ist bleibt auf jeden fall dran wenn euch das video gefällt lassen like unten abo da und aktiviert die glocke und damit starten wir rein wir haben insgesamt drei klassen und vier specks wir haben den hunter den beast master da machen die raubtier hiebe nun schaden in höhe von 90 prozent des pet schadens vorher waren es 75 prozent sehr die ability wenn ihr euren multishot irgendwo rein haut kliefen danach eure pets auch auf die ziele da wurde der schaden erhöht und beim treff sicherheitsjäger haben wir jetzt den gezielten schuss macht fünf prozent mehr schaden und die trickshots also der effekt wenn ihr mit einem mehrfach schuss drei oder mehr ziele getroffen habt macht danach gezielter schuss oder das schnellfeuer mehr schaden der schaden wurde davon auch noch mal um fünf um fünf prozent erhöht bzw es heißt es macht nicht mehr schaden es prallt auf andere ziele ab und hat vorher schaden in höhe von 50 prozent des schadens verursacht jetzt sind es 55 also dazu ein kleiner buff dann haben wir den windläufer mönch der wirbelnde kranich tritt könnt ihr ja zum beispiel eine tiger klaue auf zielberg bekommt ihr ein stack wodurch der schaden erhöht wird diese spells das wurde jetzt erhöht von 10 auf 15 prozent pro stack und es betrifft oder die stacks bleiben 20 sekunden lang am laufen nicht nur noch 15 wie aktuell dann hat blizzard noch gefixt dass der wirbelnde kranich tritt nicht mehr von mastery profitiert da habe ich bereits ein video zu gemacht also da sollte wieder alles normal sein und wir haben die furo fäuste wenn ihr mehr als ein ziel damit trefft macht es auf die sekundär targets 70 prozent schaden statt ursprünglich 50 und dann haben wir noch den dämonologie hexenmeister der zauberschaden und der pet schaden wurden flat out um drei prozent erhöht das bedeutet letzten endes dass jetzt vier specks und buff bekommen haben warum das so ist schreibt blizzard beim hunter treffsicherheit und beim mönch war geplant dass sie ja bug fixes zu 9.0.5 gemacht haben und das sorgte dafür dass der gesamtschaden dieser beiden specks nach unten ging dabei wollte blizzard aber nicht dass er so sie signifikant ist und so krass sich auf die balance zwischen den specks auswirkt dass sie sie jetzt einfach mal gebufft haben und im letzten satz schreibt blizzard noch dazu es war nicht geplant dass 9.0.5 die dps der klassen so durcheinander wirbelt wie es scheinbar geschehen ist und dadurch durch diese anpassung wollen sie das ganze wieder ein bisschen angleichen finde ich interessant hätte ich nicht mitgerechnet schreibt mir gerne in die kommentare was eure meinung ist und damit bedanke ich mich fürs zusehen wünsche euch noch einen schönen tag bleibt gesund reingehauen